Auf dem Weg zum Bahnhof, sehr hell draus, seit ca. einer Woche nicht mehr das Licht gesehen. Jetzt wisst ihr uns wieder auf den Schlafründen aus der Uni gewöhnen, mit dem Zug nach Siegburg und Peter am Treffen. Tschüss! Wie lange? Wie ist das? Was ist das? Du hast doch alles mitgenommen. Äh, bei der Unterhose. Wir sind noch kurz in dem Supermarkt, ja? Wie ist denn Königswinter, klar? Kann ich mal schauen. Ah, so wie ein Königswinter? Der Jakob muss doch auch irgendwo essen. Der hat schon bestimmt geflüchtigt, oder? Alright, let's go! Alter, ich hab so lange kein Sonnenlicht mehr gesehen. Das ist halt das Thema des Tages. Das hab ich schon mal erzählt. Guck! Guck! So! 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 Jetzt gucken wir mal, ob ich den Jakob bin. So! So! Jetzt gucken wir mal, ob ich den Jakob bin. Hey! Hier steht der Jakob! Hier steht der Jakob! Ach ne, war du ein Baum. Yo, wir suchen gerade nach dem Parkplatz. Das sieht sehr geil aus. Das ist swell! Ja! Aber du sitzt mit Fischhaus. Leute Rundforkbank 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 Guck mal da die Insta Gans wirklich Internet Internet Geil, ne? Ey, findest du dich auch, es sieht aus wie ein B-Bus Kein, ne? Du weißt schon, dass der mit seinem Hupen signalisieren wollte, dass du dich ausziehst Zieh dich aus Mach dich nackig, kleiner Maul Lass sie mal noch, zieh dich aus Zieh dich aus So, schönes Panorama Das wird doch gar nicht aneignend, bleibt mir wieder Das ist ein Das ist ein Das ist ein Musik Du musst dein Haar herunterlassen. Alles klar. Hast du ein Foto? Ja. Circa 30 Sekunden. Geil. Denk wieder auf die Diagonie. Die Platz ist nicht stark. Die Platz ist nicht stark, was? Die Resolution bleibt gleich. Die Pickelgrüßen verändern sich ja nicht. Die Pickel. Jetzt gibt es einen heißen Kaffee. Jetzt gibt es einen heißen Kaffee. Jetzt muss man hier runtergehen. Das guckt sich keinen mehr an. Das guckt sich keinen mehr an. Das guckt sich keinen mehr an. Simon ist Kogumingi. Danke. Was sagst du dazu, dass du in einer Woche auf einen 4000er steigst und heute auf einen 260er steigst? Das guckt sich keinen mehr an. Das guckt sich猶nen zu viel achetisen.